Oh, liebe Wanderfreunde, vielleicht habt ihr ja ein bisschen auf meinen 47. Teil von Wandern in Thüringen gelauert. Nein, den gibt es in diesem Jahr 2021 nun nicht mehr. Ja, und das ist hier so eine kleine Abschlussrede, die ich heute wieder halte. Und ich habe mal einen ganz speziellen Ort hier ausgewählt. Das ist hier das Waldseebad in Königssee. Das ist ein so schönes naturbelassenes Bad, wo ich jedes Jahr mich auch immer aufhalte. Und hier möchte ich mich dann auch dieses Jahr von Thüringen dann verabschieden. Ich hatte ja sechs Videos hier jetzt in diesem Zeitraum gedreht. Und das Video von der Werra-Quelle, von dem Forellenhof Katzhütte, Schortemühle bei Ilmenau und die schöne Wanderung von Frauenwald zur Hungerquelle und von Goldistal nach Masserberg und dann last but not least gestern die Wandertour von Bad Blankenburg über den Katzenstein hoch zum Heidenberg. Die Wanderung, die dann im Nichts dort geendet hat. Da muss ich noch einen kleinen Nachtrag noch hier sagen. Es wäre dort tatsächlich noch weiter gegangen. Ich hatte dann im Nachhinein das Wegezeichen dort doch noch gefunden. Aber naja, dann hatte ich mein Video da oben dann beendet und dann war es eben so. Ja, und nun hoffe ich, dass wir uns dann im nächsten Jahr zu wandern in Thüringen mit dem 47. Teil uns dann in meinem YouTube-Kanal wiedersehen. Vielen Dank.